Hallo zusammen, hier ist wieder Heutschela und schon wieder für euch in Battle for S.R.D. unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so ein kleines Angelsack-Opening. Ich bin ja immer noch an meinen Angeln dran, obwohl wir jetzt mittlerweile schon 100 Säcke aufgemacht haben und einfach mal nichts von den Angeln erblickt haben. Aber das wird sich heute ändern, denn wir machen wieder 20 Säcke auf und ich bin ziemlich guter Dinge, dass wir diesmal vielleicht die ein oder andere Angel drin haben. Dafür würde ich sagen, starten wir gleich durch. Machen wir gleich mal hier im Schnellverfahren... Ach, du Scheiße, die Quest ist schon wieder drin. Fünf Säcke auf, das wollte ich sagen. Okay, was haben wir hier gekriegt? Ein Rezept, Koch... Ah, so ein ähnliches Kochrezept habe ich mit einem Twink schon bekommen, aber der hat kein Kochen, deswegen sieht es schlecht aus. Und wir haben wieder diese Angelzahlen-Quest bekommen. Ja, gut, die brauchen wir nicht. Wahrscheinlich gibt es heute einen Hut auch wieder. Was habe ich gesagt? Da ist der Hut drin. Und die Krabbe ist auch wieder drin. Die hätte ich das letzte Mal auch schon bekommen. Ah, jetzt haben wir schon zu viele gekrabben. Die ist 385 Gold wert. Ich habe das letzte Mal nachgeguckt. Hut und Krabbe haben wir schon. Jetzt fehlt nur noch eine Angel. Dann hätten wir alles. Und, also ich brauche sowohl die Krabbe als auch den Hut nicht. Ah, das Tagebuch, das haben wir. Okay, das brauche ich auch nicht. Damit lernen wir so, ich glaube, Pools, ne? Kann man damit... Ja, die Fische aufzuspüren. Aber das bringt uns jetzt auch nichts. Weil ich brauche eigentlich keine Fische aufzuspüren. Sondern, ich würde eine Angel brauchen. Oh boy. Ach komm. Wieder ist sie nicht drin. Wie viele sind das jetzt? Ich glaube, 120. Ja, 120 Säcke habe ich jetzt aufgemacht. Ohne, dass ich eine Angel bekommen habe. Ja gut. Ja gut. Ach, ist das ätzend. Ich glaube, da habe ich mir ganz schön was ins Bein gebunden mit diesen Angeln. Das hätte ich mal lieber nicht getan. So. Das war es dann wieder für diese Woche. Ich werde mich wieder melden, wenn ich wieder ein paar Angelsäcke zusammengefarmt habe. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Euer Tela. Bis dann. Ciao.